Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ärzte und Psychiater fordern verbindliche Sterbehilferegeln. In den letzten Jahren hat die Thematik der Sterbehilfe in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewonnen. Eine Gruppe von Ärzten und Psychiatern hat nun eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, in der sie verbindliche Regelungen für die Sterbehilfe fordert. Diese Initiative kommt vor dem Hintergrund einer debattierten Rechtsprechung und der ethischen Fragestellungen, die mit der Euthanasie verbunden sind. Die Fachgruppe argumentiert, dass die derzeitigen gesetzlichen Regelungen unklar und nicht ausreichend seien, um den Bedürfnissen von Patienten, Ärzten und der Gesellschaft gerecht zu werden. Viele Mediziner sind der Ansicht, dass ohne klar definierte Richtlinien das Risiko steigt, dass Sterbehilfe in einer Grauzone praktiziert wird, was potenziell zu Missbräuchen führen könnte. In dieser Stellungnahme betonen die Unterzeichner die Notwendigkeit klarer Kriterien, die sowohl den Schutz der Patienten als auch die Integrität der medizinischen Berufe sichern. In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, in denen Ärzte unsicher waren, ob sie Sterbehilfe leisten sollten oder nicht. Häufig berichten sie von inneren Konflikten, da sie ihren ärztlichen Eid und die Pflicht zur Lebensrettung mit den Wünschen ihrer leidenden Patienten abwägen müssen. Laut den Ärzten sei es daher entscheidend, ein rechtliches Fundament zu schaffen, das den Medizinerinnen und Medizinern eine klare Handlungsrichtlinie an die Hand gibt. Dies solle sowohl für die aktiven als auch für die passiven Formen der Sterbehilfe gelten. Das Thema Sterbehilfe ist in der Öffentlichkeit emotional aufgeladen. Gegner der Euthanasie warnen, dass eine Legalisierung von Sterbehilfe zu einer Abwertung des Lebens führen könnte. Alarmiert zeigen sich die Befürworter der Patientenautonomie darüber, dass viele Menschen in extremen Notsituationen keine Option haben, selbst über ihr Lebensende zu entscheiden. Die Ärzte und Psychiater, die sich für verbindliche Regelungen aussprechen, vertreten die Ansicht, dass darüber hinaus auch die psychischen und physischen Belastungen, unter denen vor allem schwerstkranke Menschen leiden, ernst genommen werden müssen. Ein weiterer Aspekt, der angesprochen wird, ist die Rolle der Psychiatrie. Es ist wichtig, dass Patienten vor einer Entscheidung über die Sterbehilfe gründlich psychologisch betreut werden. Dies würde dazu beitragen, sicherzustellen, dass die Entscheidung in vollem Bewusstsein über die Situation und die Alternativen getroffen wird und nicht aus einer akuten Krisensituation heraus. Die Fachleute fordern daher, dass psychologische Gutachten Teil des Prozesses werden sollten. Ein einheitliches Regelwerk könnte zudem dazu beitragen, dass die individuellen Erfahrungen der behandelnden Ärzte und der Patienten in den Verfahrensablauf integriert werden. Auf diese Weise könnte ein einheitliches Verständnis von Euthanasie und Sterbehilfe entwickelt werden, das den verschiedenen medizinischen Disziplinen gerecht wird und gleichzeitig die Prinzipien der Aufklärung und der Patientenautonomie beachtet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Forderung nach verbindlichen Sterbehilferegeln von der Fachgemeinschaft ernst genommen wird und die aktuelle Debatte neue Perspektiven eröffnet. Die Gesundheitspolitik ist nun gefordert, sich dieser Thematik zu widmen und im besten Interesse der Patienten sowie der medizinischen Berufe tragfähige Lösungen zu finden. Autor Anita Farke, Donnerstag, 22. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.